Hallo und herzlich willkommen zu heute zum und vielleicht Finale von Reference Road. Alle die, die in den letzten Parts gesehen haben, die wissen, wie schwer ich noch getan habe. Ah ja. Wir wenden das jetzt hier und jetzt. Nein, nicht mehr. Das Spiel ist einfach irgendwie doof. Hallo. Du weißt, die Leute, die die Telefonzellen montieren, sind wirklich schnell. Ich habe gehört, dass ihr von keinem zurückgekommen hast, hast du einen Verlierer. Das hast du gut gemacht. Ah, scheiße auf dich. Gegen alle Erwartungen, dass die böse Betrung eliminiert, die das Gemüse euch angesucht hat. Ich glaube es ja nicht. Ich bedachte dich als mein Freund Späßlein. Okay. Mein einzigen Freund. Das König ist mein Anson. Mit ihm war ich bei der Reste. Ich habe meine Statistik dafür. Also erstmal. Ich habe das auch nicht gemeint. Aber du bist... 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 Einfach nur faul... Und dumm. Du bist jetzt bis dahinter auch ein... Total gemeiner Lügner. Total schamlos. Ich will nichts mehr mit dir reden. Ich bin's. Fuck. Was soll es heißen? Wir haben gerade gerettet. Das war nicht dich. Heute habe ich über eine Streich gespielt. Aber blau. Nicht gerne sicherst geben. Ich bin ja ein attraktiver Mann. Zumindest für Lachen sehen wie ich heißt du. Oder was soll es heißen? Nicht viel oder du. Du stinkst nach Kekse. Ja nimm das so nütze. Und jetzt erledige die Nebenkässe die ich dir aufgegeben habe. König du besessen? Oder Lebendig? Aha. Okay dann tot. Jetzt bin ich echt überlegen wäre Lebendig besser. Pfff. Alter. Blub. Hey Mann. Ich bin ja nicht high von diesem Baum. Ziemlich cool. Ich bin ja bloß so ein Syccasus. Ne. Ich habe einen König aus meinem Namen entfernt. Das passt nicht ganz an mir. Jedenfalls habe ich es in den letzten paar Minuten. Soll ich gar nicht tot. Gut. Ich habe mir vorher vorher so eine Ewigkeit aus. Das wäre einer von meiner Schamten. Ja. Ich würde mal sagen. Halt's auf so einem Reifen. Mag spülen. Please. 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 Pfff. Ist das dumm. Mag einfach noch spülen. Hm. Mh. Wo fahre ich auch mal. Wo fahre ich auch mal. Guck mal was auf der Bohnenmaraka passiert. Guck mal. $$$$! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, ich nehme alles zurück. Ja, es passiert. Bis zum nächsten Mal. 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 Bist du denn gelehnt? Alter ist das krank. Begleicheinsteiger Motorstar, da fahr ich wieder um und umschau so lang. Es ist ein Schwerer. Es ist ein Schwerer. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Aber wenn ich schlecht nenn's, dann nehm ich das mal So schlecht wird ich auch früher Welche Level sinds du noch? Ja jetzt ist nicht spaßbeendlich Oh webe Oh Wie ist das dumm So ich probier mal ohne Einsteiger Modus und wenn ich ihn nicht scharf Dann halt wieder Einsteiger Modus Aber das ist halt Bitter schön Bittes Überstür ihnen Bittes 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 Blöden Bittes Bittes Körs Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So knapp! Wieso schaffe ich das nicht? Jetzt habe ich das überhaupt angefangen. Ich habe nicht gewusst, dass es so schwer wird. Ah, ich habe nicht genug. Äh, wie gäbe ich das? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.